Hallo ihr Lieben, ich bin's die Mieze und wie ihr seht, bin ich mal wieder im Studio. Aber diesmal nicht um Musik aufzunehmen, sondern wegen meiner heimlichen Leidenschaft. Euch kann ich verraten, ich liebe Hörbücher. Und ab jetzt sollen es alle wissen. Wir sind nämlich im Studio, um meine erste Podcast-Folge von Abhören mit Mieze aufzunehmen. Ab jetzt auch für euch, überall wo es Podcasts gibt.